Koch, der geht zum Wäldchen dort, geht und isst auf einmal fort. Rappaport, der sagt, na nun, ist das nicht ein X für O? Schaut sich um und sieht ein Loch. Und in diesem Loch sitzt Koch. Dort hinein kriecht Rappaport, kriecht und isst auf einmal fort. Koch, der wundert sich und spricht, ob mich wohl der H versteht? Rappaport verschwand im Nu. Ist das nicht ein X für O?